Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Arbeitsamt, Arbeitsamt, da bin ich nur noch weggerannt Arbeitsamt, Arbeitsamt, mit Meldenarbeit in der Hand Arbeitsamt, Arbeitsamt, da bin ich nur noch weggerannt Arbeitsamt, Arbeitsamt, mit Meldenarbeit in der Hand Guten Tag Herr Schmidt, wir wollten Sie mal fragen Ja aber da gehört, dass Sie die Arbeit nicht vertragen Kommen Sie um zwölf, bitte aber schnell Und wenn Sie dieses nicht tun, dann streichen wir Geld Arbeitsamt, Arbeitsamt, da bin ich nur noch weggerannt Arbeitsamt, Arbeitsamt, von Meldenarbeit in der Hand Arbeitsamt, Arbeitsamt, da bin ich nur noch weggerannt Arbeitsamt, Arbeitsamt, von Meldenarbeit in der Hand Da bin ich sofort zum Autohin gerannt Ich bin schon losgefahren mit dem Ausweis in der Hand Anderex, Befreundung, fährt mir einer rein Das kann ich leider nicht mehr pünktlich sein Arbeitsamt, Arbeitsamt, da bin ich nur noch weggerannt 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 Arbeitsamt, Arbeitsamt, und melde noch was in der Hand Heute Morgen um 10 war der Post für bei mir Hallo junger Mann, hier ist ein Brief für sie Wo waren sie gestern? In der Mittagszeit Jetzt kriegen Sie kein Geld mehr, tun uns furchtbar leid Arbeizamt, Arbeizamt, da bin ich schon auf Weckerrand Arbeizamt, Arbeizamt, wem melden auf was in der Hand Arbeizamt, Arbeizamt, da bin ich schon auf Weckerrand Arbeizamt, Arbeizamt, wir melden auf was in der Hand In der Hand, in der Hand In der Hand, in der Hand Arbeitsamt, da homelandtime, bin ich nur noch weggerannt Arbeitsamt, da Huangsaunt, wenn mir die Nummer gerannt Untertitelung des ZDF, 2020